Hallo zusammen, nun eine ganz ganz kleine Ankündigung. Ich würde heute Abend gerne nochmal streamen. Hintergrund ist folgender, ich habe gestern ja mich in Anführungsstrichen bravourös geschlagen bei Mega Man 2 und bei Crash Team Racing. Nein, ich war sehr schlecht und habe dann auch entsprechend lange für die Sachen gebraucht, die ich eigentlich viel schneller hätte abhandeln können. Ja, das Problem war letztendlich, ich habe nur zwei von drei Spielen gespielt, die ich eigentlich spielen wollte. Und das würde ich heute gerne nachholen, das dritte Spiel. Ja, es würde Dune 2 sein, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber ist ja nicht schlimm. Ich sage mal, ein paar Leute sind vielleicht dann doch dabei, was ich sehr cool fände. Und das wird ein ganz gechillter Spiel, wirklich. Also ich werde nichts trinken, ich werde hier nicht rauchen. Also da werde ich dann Raucherpause machen, schön nach draußen gehen und einfach ganz entspannt zocken. Da habe ich richtig Bock drauf, weil erst mal einerseits auf das Spiel und natürlich das Spiel ist auch wirklich sehr chillig. Von daher, das heißt, wenn ihr dabei seid und wollt, selbst wenn euch das Spiel nicht gefällt, fände ich das cool. Weil ihr natürlich könnt euch mit anderen Leuten unterhalten, die eventuell da sind, mit mir. Weil ich bin da relativ flexibel, was das angeht. Da muss ich mich jetzt die ganze Zeit unbedingt auf das Spiel konzentrieren. Und ich werde auf jeden Fall bestimmt ein paar Sachen aus meiner alten Kindheit noch erzählen, aus meiner alten Kindheit. Genau, Dennis. Ich bin noch nicht so lange wach, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, wann geht's los? Ich kann das noch nicht genau definieren, weil Jula streamt heute. Ja, sie fängt um 13 Uhr an und sie hat gesagt, sie wird jetzt nicht so lange machen. Also 20, 21 Uhr wird sie wahrscheinlich aufhören. Kann aber auch ein bisschen früher werden, kann ein bisschen später werden. Das heißt, irgendwann zwischen 18 und 21 Uhr werde ich wohl dann auch mit Streamen anfangen. Ähm, ich werde dazu aber nochmal ein separates Video machen, damit ihr Bescheid wisst, oh, jetzt geht's los. Ich werde dann noch ein bisschen Vorlaufzeit haben, also auch nicht so wie, wie sonst. Also das wird jetzt so wie ein normales Film werden, nur, äh, alles ein bisschen weniger. Sprich, ich sag mal, weiß ich nicht, wie gesagt, 2, 3, 4 Stunden würde ich das Spiel spielen. Ähm, werde dann nicht so viele Pausen machen, wird auch relativ zeitnah anfangen, sobald ich online bin. Und, ja. Also, wenn ihr Bock habt, ne, wir behalten eure E-Mail-Programme im Auge, Facebook im Auge, ne, und, was gibt es noch? YouTube natürlich, klar. Ähm, ja, dann wisst ihr Bescheid, wann ich anfange. Also, ne, vielleicht sieht man sich heute Abend nochmal. Tschüss, tschüss.